Hallo, mein Name ist Ines Tippmann. Ich bin für Sie mit meinem Fotostudio seit 2005 auf der Barbiergasse 14 in der wunderschönen Altstadt von Pirna. Was gibt es bei mir? Bei mir gibt es alles rund ums Foto. Bei mir gibt es nicht nur Pass- und Bewerbungsfotos, sondern auch Fotos von jedem Anlass. Ob Baby, Taufe oder von Ihrem Lieblingstier. Auch begleite ich Sie sehr gern zu Ihrer Hochzeit. Alles ist möglich. Den passenden Rahmen dazu finden Sie in meinem umfangreichen Sortiment. Aber auch Einladungs- und Dankkarten sowie Fotobücher und Collagen gestalte ich Ihnen sehr gern. Ihr Foto auf einer Tasse oder T-Shirt? Bei mir kein Problem. Dies und noch viel mehr können Sie bei mir Ihrer mobilen Fotografie bekommen. Auch stelle ich seit 2013 Naturkosmetik in meiner eigenen Manufaktur Court Lemaitre auf der Barbiergasse 14 her. Aus reinen Bio-Rohstoffen rühre ich liebevoll von Hand wertvoll pflegende Cremes, Lotion, Shampoo, den berühmten Pflegestift und andere auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Naturkosmetik. Dabei verwende ich ausschließlich biozertifizierte Rohstoffe wie Hydrolate, ätherische Öle, hautregenerierende brasilianische Öle und wertvolle Blüten. Besonders geeignet für Kinder und sensible Haut. Diese können Sie auch jetzt bequem von zu Hause auf www.courtlemaitre bestellen und sich zusenden lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die schöne Altstadt von Pirna mit den vielen Geschäften, Restaurants und Cafés auch weiterhin ein Magnet für Sie bleibt. Aus diesem Grund unterstützen Sie die Aktion Rette Kipp und kaufen Sie einen Gutschein von Ihrem Lieblingsladen. Bleiben Sie gesund und immer positiv, Ihre Ines Tippmann. Vielen Dank.